Wo ist die Scherbe 4? Das ist so geil! Wenn wir... Wo ist denn der? Du kam in die Maus! Hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Minecraft Projekt Pugna Und ja, wir werden jetzt noch einen Deer-Spot suchen und davor gehen wir noch craften und dann gehts nach oben! Und dann in 3, 2, 1 Jetzt! Jetzt ist anscheinend keiner mehr auf dem Server Obwohl wir eigentlich 2 Sekunden dann noch aufnehmen Ja Oh ja, oh, weil der Spitzhack ist weg Hältst du dann noch in 3 Spielen, oder? Das kann ich gleich schneiden Ich kann jetzt halt noch genau 2 Dinge machen, gell? Macht die denn nicht mehr? Ich hab jetzt für 4,5 Spitzhacken Okay Okay Ich bin nicht schlecht Also ich bin jetzt der 4 D Aber Ich muss irgendwas verzauern Hier, ich verzauere dich Wo bist du denn? Ja, ein bisschen nach vorne Soll ich zu dir kommen? Oh, ich kann einen Verzauungstable nicht abwarten So oft Danke Okay Das sind erst 12 Probleme Hier Okay 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 Guck, ich kann dir gerne noch was verzauern Wenn du willst Oder du könntest schauen Ob du es verzauern kannst Ob du es verzauern kannst Ich will meinen Hörn auf Bot 1 Warte, ich gebe dir kurz den Hörn Und ich stelle die Ding hin Da Schauen wir mal ob es Bot 1 aufgebringt Du sagst du mal 1? Ja Ja, sieh Ja, machen wir Ich hab gar nicht alle gefehlt Ja, wir hatten wir jetzt Vor dir Nice Hey, warte So, irgendwas wollt jetzt Als du noch gewollt Das wollt ich fahren Was? Meine Boots sind Protection, Feather Falling und Unbreaking Was hast du noch für ein Lack? Wie hast du das geschafft? Ich weiß es nicht, aber wie du es machst Lack für 3.000 bestimmt Lack für 3.000 Lack für 3.000 Hey, irgendwas wollt ich wegschmeißen Was ist denn das Schwert? Ja, mein Hörn Also Und was machen wir jetzt? Ios noch einmal, ja? An Ios Pot Ja, ich hab auch mal kurz eine Däne gestern So eine Kohle Kohle habe ich genug, ja? Ja, ich muss eine mit 11 Ja, mach ich Alter, was sind das so frohstoffen Ich hab auch mal eine andere Richtung Ja, rein die Richtung Wenn du guckst Wie die anderen Nicht, dass der ganze Gang wieder zurückheißt Ah, Hacker hast du mich gegeben, gell? Mhm Ja, was? Sehr gut habe ich angefunden Das ist nicht schlecht Also Jetzt haben wir schon langsam Wir sind ziemlich gut im Rupfer Ja Das ist eigentlich gut, dass wir gut anfangen Kennst du ein paar Einige Gute-Apps? Stimmt Ja, zu zweit Muss ich es ja schon wieder probieren Ja Ich hab jetzt nicht überhaupt nicht so schade Eigentlich brauchen wir noch einen einzigen Giosport Das muss wir bereichen Hm Ja, außer wenn wir zwei Spots haben Ja, das wäre toll Ja, das wäre toll Auch nicht so viel Unlucky Hm Zwei Mal und zwei Spots haben Hm Ihr Föhlabfunk mit Witch Ja, wir müssen aufpassen Ich weiß nicht Die Vergiftung Das ist nicht so gut Ja, ich bin schon vergiftet Das ist Dumpste hier Hey, aber nicht, dass du jetzt stirbst mit Bordieren, gell? Sag dir das Nein Dann gehe ich mit den Ambuster her und mache mir alles auf Pod 2, Alter Hahaha Hahaha Das war die Ansage Das war die Ansage Das war die Ansage Oh, schön verwehrt Alles klar Ey, guck ich noch nicht sterben wenn es einmal so gut läuft im Leben Mhm Creeper rennet schon immer da Ich glaube, ich renne jetzt hoch Ich glaube, ich renne jetzt hoch Die Willi schaut dann ziemlich nice alles Ja, soll ich hinladen, Mann Creeper, Mann Ja, ja Soll ich kommen? Soll ich kommen? Ich lasse die immer meistens Ah, die hat fallen, die hat fallen Ja, passt Zau weg, nur Ich nehme alles mit, gell? Bam Ja So, wie passt Ja, es wurscht Ich nehme alles mit Auch brauchen wir Oh, sollt alles fahren Ja, passt Ja, da ist nichts notwendig Ja, da Aber auch noch Mindestens immer noch 3er Spot Das geht aber gut Nein, das ist schon wieder scheiße Eieiei 3er Spot war Nein, mindestens ein 4er Spot Teilt Mindestens 5er, 6er Ja, das halb wird Ja, das halb wird Glaubst du nicht? Dann hauen wir uns schon wieder Ja, warte Dann gibt es 7 jemanden, Mann Ja, warte Wir gehen zum Gucken Dann geht es nach oben Echt? Die ist schön, wir werden das geil machen, ja? Ja, das werden wir gerne machen Ja, ich gehe zu dir, sieh dich Ja, aus Brinden geht halt das ganze Essen weg Aber geh Ja, ja, ja Ich roll Ich roll Dann haben wir die Leerdasten bei den drüben Was haben wir für? Das ist schon wieder Bitch, Alter Das ist nicht gemein Das wäre gut, Alex Das wäre gut, welcher Geil Warte mal Warte mal Ich bin ein Reaper Ich bin ein Reaper Ich bin ein Reaper Guck ihn wieder Passt Dann haben wir allein verloren Warte mal Warte mal Ein bisschen Über 100 machen wir zurück Ja, ich weiß Ja, aber Ja, zu zweit Das ist nur noch gut I don't know, aber nicht So, fahre ich noch hin Nein Dies Ist schon wieder Dies? Ja Jetzt geht es ab Jetzt machen wir gleich Schärfe 3 da Ja, mein Spitzhacker gibt keinen Geister Ja Jedes 15 Tiers Guck, hast eh noch genug Spitzhacken Da müssen wir mit mir nach oben kommen Noch 2 ganz Ah, fast 3 ganz cool Ja, das kennt sich aus Aber es waren da oben aufeinander Und da war jetzt ein bisschen Wurzernabfall Dass wir in der Dungeon Wieso? Echt? Bist du gerade in einer anderen Minionschacht Dungeon? Ja Hey, das ist immer gut Das ist ein Waggon Ich hab einen Waggon Aber es steht richtig drüber Nein, Alter Ja, aber Lohr, Alter In so einer Dungeon Kann man ziemlich viel sagen Boah, Zuri ist wieder mittel Ich hab einen Stil, ey Äh, nicht mittel Ich hab mich an, Alter Was ist los? Dann können wir abbauen und herbauen Ja Bist du nicht mehr zu lieb? Du hast gleich deine ganze Spielzeit getroffen Ja, ich hab irrscht Zurück gehen Verbrauchten jetzt halt Einer Doppel ist zu Lohr Ja, und Melonen sitzt Drei Stückchen Brot Uff, scheiße Bisschen Almoden 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 Hey, lol Hey, was ist das? Melonen sitzt Hey, hast du zu? Hast du? Wir könnten, wenn wir blöd werden, Melonen machen zum Essen Aber das sollst du nicht ausgehen Bitte Ja, wir müssen trotzdem warten, bis es raut ist Ja, guck ich mal Pro Team darf man Ähm, Spinnen wem für Bogen mitnehmen, gell? Wenn du halt einen haben willst Spinnen wem für Bogen? Für Bogen Was? Bogen Bogen Ah, da ist schon wieder so ein Ding Pfeilbogen 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 Schattenes 4 Buch gefunden, Alter Jaaaa Da Ahaha Hallo, wo bist du? Und noch irgendwas drauf Geil Deshalb geht man zwei Lack des Todes Alles klar Schattes 4 incoming Hey, wo bist du? Schattes 4 und Res-piration 3 können ich nicht was das ist Ich hab's schon gehört aber weiß es nicht mehr Ich bin da Da hast du es gekriegt? Ich hab ich die gerade gesehen Ja, da hast du es gekriegt Oh, das ist wieder Lord, das gehen wir geil auf. Leichter Schatten ist 4. Dann kriegst du leichter Schatten ist 3 Tierstatsan. Ja, das machen wir geil, oder? Ja, und nur darum. Ich nehm' mich da mal kurz ein bisschen Holz mit. Damit ich nicht wieder die größte Tepp umeinander geh. So, jetzt hab ich mal wieder ein bisschen Holz gekriegt. So, warte, machen wir uns das geil da. Hey, Shane. Shane ist aber für nix, oder? Shane ist nix. Ja, warte mal. Machen wir uns das geil, Cookie. Ja, viele Ampel passen. Respiration ist das beste, Cookie. Nein. Dann kannst du länger unter Wasser gehen. Dann hast du längeren Atem. Lord. Also deshalb kennt das keiner. Cookie, wo bist du denn? Ich freu mich zu dir. So, la. Ich mach ein bisschen die Türschwärze. Cookie, du kannst jetzt Underwater-Fights machen. Hey, wer schießt denn du? Hä? Hallo? Es ist ein bisschen gefährlich da bei uns. Ich gib's zu. Nein, nein. So, Isa, es war noch Tierschwerter. Ich weiß eigentlich mal. Hä? Ey, das Respiration geht weg. Aber das ist ja wurscht, oder? Spiration. Wir starten als vier Tierschwerter. Jetzt mal für Deckdurch. So, wie es jetzt gehört? Ja, Alter. Mach die, oder? Ja, schon. Hätte ich auch gesagt. Bam. So, nächste Runde machen wir Fight. Fight? Cookie, gib mir mal die restlichen Dears. Ja. Mindestens ab, wow. Ja. Ja. Ja, warte, ich hab mir das auch mal gesagt. Schon wieder. Ja, immer so cool. Ey, ich brauch jetzt mal so eh keine Dears mehr. Ich muss echt keine Dears mehr. Äh, TNT machen. Ja, okay, warte. Schnaufen mal, willst du nichts? Nein. Nein. Ja, ich findest du ein Hund. Hast du irgendwas gegen Pookie? 13 Tiers. Ach, ja. Alter, so cool. Geil, Alter. Einmal schwimmen. Ja. 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 Ja, ich zeig mir gerne Auffiel und gerne Netter. Es bringt nichts. Ja. Warte, ich hab vier Schwerte sollen wir jetzt machen. Ich mach mal eine Schere. Ich zeigst vier Schwerte da außen. Wieso geht's denn da aus? Schartniss. Geht sich Schartniss-Tiers? Weiß nicht, ich mach mal Schartniss-Tiers. Ja, mit 8, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Gut, ich schierst du dir das ab und ab Schartniss-Tiers. So. Wie viel soll ich machen, Philipp? Ich brauche eh keine Diers mehr, oder? Nein. Schartniss-Tiers. Max liegt da, aber ich muss irgendwas anderes haben. Ja. Nein, ich muss trotzdem was anderes bezaubern. Warte, kannst du auch nicht bezaubern? Ja, ist blöd jetzt, aber... Hey, wo ist denn Schartniss-Tiers? Schartniss-Tiers habe ich ja schon. Ja. Schartniss-Tiers, kann ich... Kostet nicht so 3 Level, aber... Ja, 3 Level, sie muss ich in der Regel. Ja. Hey, ich kann... Ich könnte mal ein schartes Zwar-Ding-Schwert machen. Können wir mal irgendwas gucken. Ah, das wollte ich noch schartniss-Tiers-Tiers-Tiers-Tiers-Tiers-Tiers. Sudes-Tiers-Tiers, Sch所以呢, Schartniss-Ans. So... Ach, noch eins? Oder? Kuck, ich schaffs dir das. Ich schaffs noch eins. Alter, ich kann... Ich kann den Bogen einfach mal so random. Alter ist also mal Re�appregier. Ja, warte, Kraut. Schartniss-Ans, ja. Ach was? Ja. Das geht nicht? So, die gefragt luck. Ich weiß Winterfilde sind dafür. Ich habe schon 3 Schwerter, und ich habe noch 6 Diers, dann kann ich 3 Schwerter machen. Dann geht es uns aber nicht aus. Ja, mit 1-2 Bierflöten. 1-2 Bierflöten und dann geht es leichter. Und für die Tester mache ich eigentlich auch mal. Weil ich vielleicht 2 Aspect kriege und damit ich mehr Platz habe. Ich habe nicht genug. Okay, doch. So, jetzt geht es noch um... Alter. Ich grab schon mal aus. Ja, der passt. Alter, wir haben mehr als ein Stack. Gould. Rechtsetzt. Okay, das hätte ich fertig machen lassen können. Ja. So, Alex ist mitgenommen. Ich werde die Dungeon nicht weiter ausfahren. Das dauert für einen langen Bordel wie... Man findet geile Sachen, aber so einen Griff noch einmal zu machen... Ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Ja. Ja, ich grab von mir. Du kannst nur Bilder blocken. Ja. 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 Ich hab's dir gerade aus. Also, ich schau. Schau. Ich hab grad ziemlich abbauen hier grad. Ja, ist die schärfe Fiege. Das ist so geil. Wenn man... Wo ist der? Alka 1, ich kann mir nicht mehr aus. Das stimmt doch wahrscheinlich. Boah, so kennst du nicht mehr aus. Du hast die Fiege, das andere Minus Fox und Fiege. Ja, wir spielen auf Hardcore. Da muss man schon ein bisschen... ... was immer du willst. Da ist nicht echt viel viel. Ist der Monster-Spawner? Sicher. Auf der Höhle suchen, bringt's Holz halt auch nicht rausfallen. Wenn du so einen Dier findest, dann bist du schon echt lucky. Ja, Dier sparen wir nicht. Ein Lore mit Kiste. Das sind zwei Hits. Eichs, du gehst eine Höhle durchhafen. Ich leuchte das Unflug. Ja, aber ich brauche keine Durchhafenbahn. Wir müssen wahrscheinlich nur durchhafen gehen. Ja. Ja. Ich kriege ihn da, oder? Was ist das? Eichs, komm zu mir. Sechs Sekunden wieder weg. Boah, schon wieder? Eichs, Eichs hinter dir, wo bist du denn? Ja, da. Einmal noch kurz schauen. Ja, nein, ich lasse es lieber. Oder doch? Eichs, das ist schon wieder so viel. Nein, ich zeig's nicht aus. Nein, ich zeig's nicht aus. Ja, geh mal auf, geh mal auf. Wir haben nur sechs Sekunden. Ich sollte nicht so gefährlich ausloggen. Neben 10.000 Viechern. Was ist das für Invasion, Alter? Ja, die ganze Zeit auch schon. Ich hab Schärfe 4 und dann kommt die Invasion, oder was? Warte, bauen wir uns da irgendwo zu, guck ich kurz da, oder? Warte, da darf ich. Baut es auch vom Gangweg auf, bis es kippt wird. Ja, bis die Zeit, bis es curving hat. Ich schätze nicht. Ich zeig es euch schon recht. 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 Was ist das? Hast du die nächste Frage noch zum Essen für mich? Ja, ich hab noch was zum Essen. Es ist die ganze Zeit nur Rottenfleisch. Nein, ich bin zu Sandler. Ja, was? Boah. Neiße Frage. War geil, ja. Schärfe 4, Schärfe 3. Noch 6 Dias übrig. Aber wärstens tech cool. Nice. Das war richtig gut, ja. War nice, ja. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020